Okay, ich kann's nur, weil ich muss, ich kann nur schwärmen, es tut mir leid. Oh, sie macht auch Aussaat. Sie kümmert sich um das Beet quasi, okay. Aussaat, Bewässerung. Ja, wir haben noch kein, noch kein Wasser, ich wollte schon wieder Pokémon sagen. Hä, wir brauchen noch ein Wasser, Palmon. Okay, nicht sehr viel Stein. Liegt hier noch Stein rum? Nee. Es wird übrigens da wieder dunkel, das ist scheiße. Ich hole noch Stein, ne? Ja, wahrscheinlich kann man das dann immer mehr erweitern. Dann kann ich irgendwie die Gilde erweitern, dann können wir dann mehr von den Dingern hinsetzen. Ah, okay. Ich will erstmal so einen eigenen Kreislauf haben, dass die Palmon sich hier auf der Farm selber ihr Essen anbauen können und im Endeffekt halt andere Sachen hier machen können und alles. Aber nicht, nicht verhungern, so quasi. Ja, sieh mal was zu tun, vielleicht haben wir wieder mal, weil irgendwas nachspawnt. Anheben. Hä, nein! Ähm. Das wollte ich nicht, sorry. Ja, Wässerung fehlt halt, ne? 20 Steine, das hat schon eine Ecke, ne? Ein Futtertrog. Den packe ich erstmal hier so hin. Könnt ihr alle mal zusammenbauen, bitte. Ich würde ja gerne warten, bis es, äh, nicht mehr dunkel ist. Was? Ja, ihr kriegt doch noch Bettchen, ihr kriegt noch Bettchen. Ich, ich verspreche, ihr kriegt noch Bettchen. Ja, die haben mich auch Hunger, ne? Ich muss halt so ein blödes Bett mir bauen. So ein mieses Bett hier. Brauche ich Wolle für. Strohbett. Okay. Fundament. Oh, das ist groß. Oh, ist das groß. Warte mal, wenn ich das so baue. Das sieht ja okay aus von der Höhe, ne? So ein bisschen so gedreht. Lamy, jetzt geh doch mal da weg, du Nuss. Lamy, du bist ne Nuss. Okay, das ist instant fertig. Okay. Okay. Okay, es geht. Ich könnte das noch... Lamy, das kostet nur zwei Holz? Alles klar. Let's go. Lamy. Oh, nee, warte, 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 warte. Könnte man das dann vielleicht einfach so... Vielleicht können wir den Baum stehen lassen. Holztreppe. Hier nicht, aber hier so vielleicht? Hier nicht, aber hier so vielleicht? Lamy. Ist schon ein bisschen creepy. Holz, Dach. Holz, Tür. Wir könnten hier halt noch so ein bisschen Platz lassen für die, ne? Kann ich das mit Shift gleich... Kann ich nicht? String? Oh, nicht string. Nicht string. String ist böse. Ganz böse. Oh Gott. Beinah runtergespaced. Yit? Äh, ich hab kein Holz mehr. Kann ich mit Holz fahr. Kann ich beide mit einmal treffen? Scheiße, nein. Könnte man hier draußen vielleicht... Kann ich da... Mal... Ich hab das Bar-Ding noch gar nicht, ne? Fällt mir gerade auf. Aber ich hab das doch freigeschalten, oder nicht? Das wollte ich nicht. Stopp. Nee, 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 nee. Ich weiß, Lamy, du bist da sehr, äh, drauf zu. Aber nee, warte mal. Weil die Taste... Gott, die Steuerung ist irgendwie tricky. I don't know. Jetzt können wir mal... Jetzt können wir halt immer draußen einbauen, ne? Ach, jeden Möbel hier. Oh Gott, Möbel. Haha, Möbel. Holzdresen. Aha. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ähm... Ich muss ausbauen. Ah, das wär inne auch geil, ne? So ein fucking Tresen. Kann man schon machen. Passt nur irgendwie gar nicht hier rein, aber geht schon. Ach, du Scheiße. Oh, so ein bisschen mit Deko und so. Das ist schön gemacht. Ne, 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 Bader machen wir was extra. Das ist jetzt so ein bisschen Wohnhaus hier eher. Jetzt so ein Regal. Ich freu mich jetzt schon drauf, wenn das da noch mehr kommt. So zum Bauen und so. Ach so, das sind die. Ich dachte, hier mauzt immer irgendwas. Die haben nichts mehr zu tun, gerade halt. Ja, ist halt gerade schwierig, ne? Wir wollen auch gerne eine Halle für die bauen, dass die da richtig irgendwie... Oh, ihr könnt hier mal bauen. Dass sie was zu tun haben. Die brauchen ein bisschen... Ein bisschen Beschäftigung. Kann ich jetzt irgendwie ausblenden? Bestimmt, oder? Dass ich diese blaue Bahn nicht mehr sehe. Das ist schon ein bisschen nervig. So, und die kann jetzt ein bisschen machen, genau. Kein Holz mehr. Scheibe. Ich hab kein Holz mehr. Dann geht die Sonne auf. Sehr schön. Das heißt, hier bei uns wird sie untergehen. Da hinten. Oh, wir hätten noch Balkon bauen können. Warte, hab ich ein Geländer? Ich hab kein Geländer, oder? Nee. Nee, hab ich nicht. Scheiße. Ja, gut. Zur Not machen wir hier noch irgendwas. Dann reißen wir die hier... Genau, dann bauen wir die hier wieder weg und ziehen da noch was hin. Und dann können wir noch was reinbauen. Kriegen wir hin. Ich muss jetzt so ein scheiß Bett erstmal bauen. Warte mal. Damit ich das wieder erweitern kann. Ich brauch einmal Wolle. Wie gern ich dich zählen würde, du. Wie gern ich das tun würde. Ich brauch nochmal ein... Da, 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 da. Ich soll ja sowieso, ähm... Wo stand's? Soll ich nicht... Noch fünf... Also, soll ich nicht fünf Stück davon fangen? Genau, fange fünf Lammball. Du hast es getötet! Lamy. Ich wollte das doch fangen. Lamy, wenn du nicht... Ne? Also, wenn du hier die umbringst. Du brauchst nicht eifersüchtig werden. Ist alles gut. Wir müssen sie aber fangen. Weil das Tutorial sagt mir das. Ich muss tun, was das Tutorial will. Bon. Oh, fuck. Haps. Oh, ich muss 30 Pals fangen. Die du bereits hast, erhältst du EP. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen noch eins. Eins bräuchten wir noch. Ne, du bist ein Hühnchen. Ne, zwei brauch ich noch. Lol. Was liegt hier? Habt ihr hier getötet? Giftdrüse. Habt ihr irgendwas getötet? Noch eine Giftdrüse. Habt ihr irgendwas getötet? Oh, oh. Mammorest, please no. Go away. Du bist sehr nah bei mir. Wirst du bitte gehen. So, ich hab aber jetzt das Stoff. Ich kann jetzt das Bett bauen. Dann kann ich das ausbauen. Dann kann ich da ein Wasserding reinmachen. Und das Wasserteil kann dann die Felder mit bewässern. So, du kannst jetzt irgendwie wieder rauskommen. Ist denn was zu essen drin? Ne, ne? Äh, Shift-Hälfte nehmen. Wohin er denn hin? Wo willst du hin, Kollege? Er hat irgendeine Mission. Sie hat auch irgendeine Mission. Kommt ihr nicht ans Essen ran? Nee, das ist es nicht. Das ist es irgendwie nicht. Wie geht's denn? Wo sehe ich denn so ihre Stimmung? Partner, für die helfende Foto. Wo sehe ich denn, wie sie so in Stimmung... Also, wie so... Ich glaube, ich muss das abbauen. Das kommt dann sowieso bei denen mit ins... In die Hütte. So, ich baue ein Bett. Ja, du kannst auch mit reinkommen. Zählt das jetzt nicht, äh, für das... Oh, weh, das zählt nicht. Gerade das zählt nicht, weil es jetzt außerhalb der Dings ist. Das wäre mies. Das könnte aber passieren. Und muss ich es woanders hinsetzen? Hat's gezählt? Oder hat's nicht gezählt? Weil er hat's auch nicht einmal zu bauen. Das hat mich auch verwirrt. Nee, er hat nicht gezählt. Dann müssen wir es ausmachen. Ähm. Ciao. Okay. Äh... Okay, wie macht man das dann am düst partly? Äh... Ich hab halt nicht so viele Möglichkeiten momentan. Ich hätte gerne irgendwo vielleicht an der Treppe nach oben. Könnte man vielleicht hier drunter das Bett bauen? So ist es genau. Jetzt ist es nämlich ohne Range. Jetzt haut es auch hin. Naja. Wir könnten auch ihre Betten mittlerweile mit hier reinschmeißen. Das ist nämlich bei uns hier drinnen. Schlafen. Das wäre eigentlich okay. Ey, ich habe nicht genug Holz. Na geh, helfen. Bobby hat ein mieses Bett fertig gebaut. Können wir da ein Wasserding mit reinsetzen? So, dann nimmt schon der Erste sein Bett. Jetzt bauen wir da drei Betten hin, dass so der Wasser dann gleich ein Bett hat für sich. Die können wir später dann noch umsetzen. Das ist ja nicht so wild. Das geht nicht. Das geht nicht. hier so ein, halt, halt, ein Licht wäre natürlich dann auch noch gut, ne, hast du schön hier mit rein und die, die Palenbund können hier auch mit rein, passt hier auch durch die Tür, passt durch die Tür, okay, krass, will ich sagen, dass sie dick sind, aber ich hätte es jetzt, ich hätte es nicht so mit gerechnet, ah, der Baum ist doch irgendwie nicht so geil, oder, weil wir könnten das hier weg machen, dann lasse ich den da einfach so und man könnte hier dann noch hier so einen Weg rüber bauen, quasi an so einen Wald geht vielleicht, dann könnte man da noch was hin machen, wobei hier ist ja schon die, ah, schwierig, das können wir weg machen hier, du kannst deine Wahlbox verbessern, mache ich es sofort, Okay, Palbox verbessern, halt, ich wollte hier hin, oh, baue Futterdruck, baue Pal, Drohbett, baue Lagerfeuer, setze einen Pal für Arbeiten im Lager ein, Zwei von vier, okay, wir können jetzt ein Wasser, er hätte Wasser, er macht Transport und Bewässerung, er arbeitet auch mit, er ist ein Depri-Dude, der Depressor-Dude, er macht einen Bergbau, okay, was macht er denn eigentlich hier, Nox, der war so niedlich, okay, der macht auch eher sowas, ja, ich würde sagen, der Rochen, oder, der Rochen war niedlich, warte mal, du bist doch Wasser, oder, Warte, du Matasch, du großer Elefant, Das, das macht ihm doch Spaß, das sieht man ihm doch an, dass es ihm Spaß macht, oder? Lami guckt aus, so, ich so, what the fuck, Geil, dieser Blick von Lami einfach, guckt an, so, what the fuck, schön, Ja, fühle ich, fühle ich, Ähm, Wo habe ich denn, äh, Nee, Hier, Okay, wieso habe ich die Dinger überhaupt schon wieder? Äh, Dä, 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 Lammfleisch, Was? Hast du fein gemacht? Supi, Andere Seite auch noch, komm, Wächst, Ah, schön, Können wir vielleicht noch ein Feld bauen? Äh, I need Stone, Lami, komm mit, wir müssen Steine holen, Run, Die Gäste dahin, Wir müssen noch ein Pal fahren, Also immer mit 30 Pal ist es umgefangen, Ich bin überladen, Schalalalala, Ja, ich denke, Der Elefant, Die kriegt dorthin hier alles, äh, Mit Wasser zu versorgen, Das packt der schon, Einmal bauen, Wie happy er auch ist, Gehst du mal da runter? Und er kann die andere pflanzen, Und er kann, Los, Ich brüchte noch ein bisschen Stein, Lami, komm mal mit, Wir holen Stein, Fein gemacht, Lalala, Lalala, Ja, ich bin hungrig, Ich brate auch gleich erstmal noch, Wart, Das Eis, Das würde ich auch gerne mal abbauen, ne? Ich werde ja gerne mal schon ein bisschen voranschreiten, Das wäre auch ganz nice, Ich werde da wieder Level ab, Ja, ich brüchte Bärensaat, Ah, die habe ich ja noch, Und das muss ich auch noch bauen, Da brauche ich auch noch Holz, Holz muss ich auch noch holen, Kann ich das abbauen komplett? Bin ich jetzt wieder überladen, Ich bin, Überladen, Oh, hat geklappt, Dann holen wir uns noch ein bisschen Saat, Und dann machen wir noch das eine fertig, Da unten sehe ich ja auch noch, Rechts unten sehe ich ja, Wie viel Schuss ich noch habe, Was ist mir das jetzt aufgefallen? Oh, Ernte, Ach, guck mal, Jetzt kommen die beiden und ernten, Okay, Die Hände muss auch noch ausgesät werden, Benötigte Aussaat, Aber die beiden tun jetzt erstmal das da, Was macht der da? Was wird das? Geht's euch gut? Ist alles okay? Ich frag nur, Ich mach mir Sorgen, Ernstliche Sorgen um euch, Freunde, Ah, es sieht okay aus, Inno Panty sabbelt da hinten rum, Sich keiner schuld bewusst, Okay, Jetzt sammeln sie alle und tun das alles in ihren Futtertruck, Oder? Geil, Yo, Die tun das alles in ihren Futtertruck, Ja, Wie nice, Okay, Dann kann ich mir dort dann auch immer was zu essen raus knüpfen, Ist übrigens ein echt schöner Futtertruck, Kann ich nicht noch einen sogar hier reinsetzen jetzt? Ich könnte noch einen reinsetzen, Ne? Guck mal, Transport, Aussaat und Bau Er wird halt Holz holen, Ne? Aber er wird halt alles kaputt machen, Wäre schon nicht cool, Wenn er noch Holz holt, Aber Weiß ich nicht Weiß ich nicht Er könnte Erfokspass Hm Können halt Kochen übernehmen, Ne? Wenn wir das kleine Kerl schon mal da reinsetzen, Dann prüfen wir noch ein Bett Das sieht auch so hübsch aus, Ey Mit der Schleife aus Ich hier zum ersten Mal Ist auch süß Brauch noch ein Bett Ich habe auch nicht genügend Holz Holz, Holz, Holz Let's go Ah guck mal, Der Baum muss eh noch weg Ja, Anni, Mach's gut Schön, dass du da warst Pass auf, Pass auf Was immer du jetzt treibst So Okay, Ich muss reparieren Dringend Okay, Er macht da hinten Stein, Stein, Das respawnt Okay, Sehr cool Was er so automatisch einfach macht, Finde ich super Sehr angenehm Nichts treib ich mehr, Ich gehe ins Bett Ah, Okay, Das ist ja auch okay Ist auch sehr spannend Kann man auch machen Okay, Okay Ja, Wir brauchen noch ein paar Pile-Mädchen Äh, Wir brauchen jetzt vier Stück Ja, Ich werde das gleich Ich werde das an ein anderes Ein separates Haus Verfrachten Dann bauen wir hier noch Eins weiter oder so Und dann machen wir hier So ein Pal-Haus hin Oder so, Dass die da alle Ihr könnt ja auch reingehen Freunde, ne Wir sehen euch den Hammer mal. Ruhig, ruhig. Jetzt kommt er sofort und macht das. Genau. Pilebox verbessern schon wieder. Hol Stein. Baue Pal-Ausrüstungswerk, man baue Statue der Kraft. Habe ich noch nicht freigeschalten. Aber ist okay, krieg mal hin. Ich würde das Zeug dann halt auch gerne rein verfrachten, wenn ich ehrlich bin. Auch den Essensdruck würde ich gerne woanders hin verfrachten. Mal hier so die Essensecke der Pal-Aus mit hin. Okay. Dann können wir das in die Richtung bauen. Dann können wir vielleicht noch den Baum stehen lassen, den Baum stehen lassen und den Baum stehen lassen, dass es nicht so ganz so kahl aussieht dann. Würde ich sagen. Das heißt, der hier kommt weg. Den machen wir weg. Dann kriegen die Pal-Ausrüstung euer eigenes kleines Zuhause. Machen wir ringsherum große Fenster rein. Krieg mal hin. Da brauche ich ja auch nicht so viel Holz eigentlich. Lol, alles in meiner Box levelt auch mit. Ach du Wacke. Das ist cool. Eigentlich. Das ist cool eigentlich. Jetzt würde ich ringsherum Fenster einbauen. Schön. Weil wir können auch... Hab ich... Stützen hab ich nicht, ne? Aber ich könnte gucken, was man jetzt freischalten kann. So zwecks Stützen oder so. Äh, warte mal. Könnte ich so Stützen-mäßig vielleicht was freischalten? Zum Bauen? Also erstens das bräuchte ich halt auch, ja. Schlingfalle. Muss jetzt nicht unbedingt. Die Statue der Kraft brauche ich sowieso. Oh, Metall-Axt. Hochwertige Werkbank. Tor. Ähm, den Kopf zu setzen. Schützenhilfe zu geben. Wie cool. Kleiner Futterbeutel. Ein kleiner Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann. Schattet bis zu einem Autofütterungsflotten. Und frei. Bei Hunger wird das im Slot ausgerüstet. Der Essen automatisch verbraucht. Antike Technologie. Nehme ich. Nehme ich. Ja gut, natürlich hier Metall, ne? Also brauche ich halt. Die Sandsäcke können wir auch mal freischalten. Die können wir vielleicht irgendwo hinpacken. I don't know. Da transportiert was. Alle sind schön am Arbeiten. Ah, wir können das mit dem, mit dem, na warte mal, ich baue hier erstmal was. Holztor. Verteidigung. Pal. Hm. Produktion. Ja, Nägel. Schwierig, brauche ich immer das. Ich baue erstmal Eisen. Das wird doch dauern. Äh, Möbel. Holzbank hatte ich doch schon. Ja, ich baue. So, dann, oh Gott, kommt bitte nicht so nah, Junge. Was machen die hier? Leveln die gerade? Oh Gott. Kannst du da runter gehen? Achso, die tun da hinten wieder. Okay. Ich muss das in das da reintun. Ah, das ist fertig. Ah, okay. Wenn da dann ihre Bädchen drin sind, dann ist halt hier, dass sie hier eh ihr Essen haben. So. Wie viel? Warte. Oh lol. Ich könnte was zu essen gebrauchen. Okay, du machst das, alles gut. Oh, bei dem geht das schneller als bei dem anderen. Oh, okay. Sehr schön. Ähm. Okay, warte. Bau. Bau. Holztor. Da können wir halt da unten hin bauen, ne? Aber ich hab halt doch gar keine Mauern. Also. Kann ich Dio einfach? Nee. Geht ja dann gar nicht, wenn ich da irgendwie. Nee. Kann ich das vielleicht. Guck mal, die gehen da hin und essen. Nicht verbunden. Äh, braunen Fundament, ne? Bräuchte quasi das hier. Ja. Hallo. Kannst du mal? Ja, ich muss ringsrum, äh, Dings machen. Ja. 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 Hier können wir auch noch eine Tür reinpacken. Hier können wir dann noch eine, eine richtige so hinsetzen, dass sie ordentlich hier reinkommen. Ah, das geht hier auch so auf, so. Guck mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu essen. So. Jetzt würde ich dir ihre Betten hier reinsetzen. Ich brauche Holz. Mehr Holz. Ah, das kriege ich hier. Okay, das sind meine, die gerade irgendwelche Geräusche von sich geben. Okay, Bettchen. Hier können wir so heiße Quellen einbauen. Und dann, wo du siehst, 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 wo 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 Fein gemacht Die Arme pennen gerade alle, oder was? Ach du Scheiße Ja Du bist zu schlafen Ja Einfach so quer rübergelegt